Okay. Ah, das Stück heißt Spy at Night. So ungefähr kann man das betrachten in der Linie von Henry Mancini oder sowas. Ein Jahr von Cartoon mit Detektiven. Cartoon sind Spiel... Wie heißt das nochmals Cartoon? Zeichentrickfilme mit Detektiven. Also nicht ganz ernst. Spy at Night heißt das Ding. So ungefähr kann man das Ding. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020